Salam! Salam! S праздником Sukkot! Chak Sukkot Sameach! Chak Sukkot Sameach! Ein gutes Sukkot-Fest! Wir haben ihn gestern Abend sehr gut gefeiert. Es war sehr gemütlich und sehr schön in der Sukkot zu sitzen. Aber es war wenig Platz. Deswegen mussten wir alle rotieren, die einen konnten eine Zeit lang sitzen und essen, dann mussten sie rausgehen, damit andere reingehen könnten. Aber es war wirklich angenehm zu sehen, wie die Menschen sich umeinander gekümmert haben. Ein echtes Sukkot mit Liebe. Und heute machen wir weiter. Ich bin heute leider am anderen Ende von Deutschland. Aber in Deutschland. Nicht irgendwo im Ausland. In einer halben Stunde muss ich hier predigen. Ich konnte mir nicht erlauben, den Genuss hier zu verpassen, mit euch auch etwas zu teilen. Suckkot ist wirklich ein tolles Fest. Aus unterschiedlichen Perspektiven. Gestern habe ich über den Lulav erzählt, welches wir so schütteln. Ihr könnt es gerne in der Aufzeichnung nochmal hören und euch anschauen. Und danke auch an alle, die daran beteiligt waren, die das so schnell auch hinbekommen haben. Dass es gestern Abend schon online war. Im Internet ist es vielleicht besser, den Namen nicht zu nennen, aber ich bin der Person sehr dankbar, die das alles geschafft hat. Dankeschön. Und danke auch an alle, die gestern gekommen sind, um diese Freude mit uns zu teilen. Und diejenigen auch, die heute dazu geschaltet haben. Und diejenigen, die uns auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal schauen werden. Vergesst nicht beim Gottesdienst und bei der Predigt einen Daumen hoch zu setzen. Und wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr auch einen Daumen runter setzen. Das ist eure freie Wahl sozusagen, Entscheidung. Aber vergesst nicht irgendwie zu reagieren. Zum Beispiel mit toll. Chusch. Quatsch. Oder mir ist das eigentlich egal. Aber irgendwas werde ich auf jeden Fall da lassen. Abonniert den Kanal. Damit ihr uns weiterhin freuen könnt. Oder ihr weiterhin eure Unzufriedenheit äußern könnt. Sowohl das eine als auch das andere ist normal. Wichtig ist, dass ihr trotzdem den Kanal abonniert und weiterhin zuhört. Hwalite. Ihr könnt loben. Oder kritikujte. Oder kritisieren. Wichtig ist nur, dass ihr nicht gleichgültig bleibt. Ich möchte heute ein wenig über die Bedeutung von Sukkot sprechen. Für die Bedeutung für Juden und andere Völker. Für diejenigen, die die Beschreibung Sukkots gelesen haben im dritten Buch Mose Kapitel 23. Ihr erinnert euch daran, was man an Sukkot alles tun musste. Der erste Tag ist Ruhe. Und sieben Tage lang bringst du ein Opfer da. Oder Opfer in Mehrzahl. Und am 8. Tag steht Ruhe an, in der du keine Arbeit verrichten sollst. Es steht geschrieben, du sollst unterschiedliche Zweige nehmen. Das, was wir Lulav nennen, und du sollst damit dich vor dem Herrn erfreuen. Und sieben Tage lang sollt ihr in der Sukkot leben. Dort Zeit verbringen. Das sind wahrscheinlich die grundlegenden Gebote sozusagen, die wir einhalten sollen an Sukkot. Dwayne attraktiviert. Zwei Tage Ruhe. 1. 8. Der erste und der achte Tag. Garnivalunden. Garnivalen. 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 und in der sukha zu sitzen oder zu leben heute möchte ich ein wenig über die opfer darbringungen sprechen die opfer darbringungen zu sukha sind genauer beschrieben in dem vierten buch mose kapitel 29 in den ersten versen sind die opfer an rosh hashanah beschrieben vom siebten bis zum elften vers ist das die opfergabe an jom kippur beschrieben und vom zwölften bis zum bis zum ende des kapitels sind die opfergaben an zu kopp beschrieben wir werden nicht all diese verse lesen weil es sich wiederholt aber lasst uns den ersten tag lesen stich stich 12 die färse 12 bis 1 schließlich 16 ebenso sollt ihr am 15 den tag des siebten monats eine heilige versammlung halten da sollte keine werktags arbeit verrichten sondern ihr sollt dem herrn sieben tage lang ein fest feiern da sollt ihr ein brandopfer darbringend ein feueropfer zum lieblichen geruch für den herrn 13 junge stiere zwei widder 14 einjährige lämmer makellos sollen sie sein samt ihrem speisopfer von feinmehl mit öl gemengt drei zehntel zu jedem stier von den dreizehn stieren zwei zehntel zu jedem widder von den beiden widdern und ein zehntel zu jedem lamm von den 14 lämmern dazu einzigen bock als sündopfer außer dem beständigen brandopfer mit seinem speisopfer und seinem trankopfer животные also tiere и хлебная приношение und brot als opfer darbringung muka здесь jetzt feinmehl mit öl gemengt и когда мы читаем второй день третий день четвертый день wenn wir die tage 2 3 4 lesen почти все тоже 7 дней все практически одно и то же dann wiederholt sich das praktisch genau gleich jeden einzelnen tag lang и здесь написано что там везде везде есть два овна и четырнадцать однолетних агнсов и 14 einjährige лэммер и один козел ну да всегда один и одного козла в жертву за грех написано и один сундопфер и один зигенбок то есть всегда вот это вот все повторяется каждый день und das wiederholt sich jeden einzelnen tag каждый каждый день там есть два овна четырнадцать однолетних агнсов и один козел jeden tag gibt es zwei вида es gibt 14 einjährige лэммер меняется каждый день только число тельцов nur die anzahl der стiere verändert sich jeden tag первый день 13 am ersten tag 13 второй день 12 am zweiten tag 12 третий день 11 am dritten tag 11 на четвертый день сколько und am vierten tag wie viele подумайте denk mal drüber nach 10 правильно 10 stimmt's сколько в пятый день их wie viele am fünften tag если было 10 то на пятый день сколько Wenn gerade eben das noch zehn waren, wie viele sind es am fünften Tag? Katja, сколько? девять. девять, правильно? Und am sechsten Tag? Восемь. Правильно. Und am siebten Tag? Sieben Stiere. Das ist ein sehr guter Anzahl. Und am achten Tag? Alles wie gewohnt. Ein Stier, so wie es sich gehört. Wie auch an anderen Festtagen. Mit einigen Abweichungen. Diese sieben Tage lang aber. Вот это вот, äh, вот это вот число. 13, 12, 11, Tельцов и так далее до 7. Diese Anzahl der Stiere, die sich in diesen sieben Tagen lang verändert, von 13, auf 12, auf 11, auf 10 und so weiter, bis 7. Wenn wir all diese Stieranzahl, die jeden Tag, sieben Tage lang dargebracht wird, summieren, einige von euch haben bereits gerechnet, wie viele es sind. Einige von euch haben bereits gerechnet, wie viele es sind. Ich werde die anderen aber nicht quälen. Und ich sage euch, das sind 70. Ich habe das heute nochmal beabsichtigt, nochmal überprüft. Ich habe sie alle nochmal durchgerechnet. Und unsere Waisen haben gesagt, Das sind 70. Weil es so viele Protonarodов gab. Prototyp-Völker. Unsere, ähm, ja, Waisen der vergangenen Zeiten haben gesagt, es gab von Anfang an 70 Völker, von denen 70 sind alle anderen entstanden. Und diese 70 unterschiedlichen Völker, die 70 Stiere sind für diese Völker. Wenn man einen Stier darbringt, als Luther, dann ist das für Israel. Und 70 steht für alle Völker. An Sukkot also. Israel bringt die Wälder für alle Menschen. Er sagt, man, dass Israel für 70 Völker, für alle Völker, das Opfer darbringt. Wir lieben sie oder nicht. 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 Weil der Herr alle Völker liebt. Und er bringt uns bei, alle zu lieben. An der Stelle erfüllt Israel die Rolle des Hohen Priesters für alle Völker. Indem es Opfer darbringt für andere Völker. Dieses Thema wird immer mal wieder angeschnitten oder angetroffen im Tanach. Und wir wissen, dass unser Mashiach Jeschua, Jesus als vollkommener Jude oder Israelin, Er hat ein vollkommenes Opfer gebracht für alle Völker. Sukkot ist also ein Fest, welches sich auf alle Völker ausbreitet und auch alle Völker beeinflusst. Und dieses Fest ist als einziges Fest beschrieben worden in den Endzeiten als ein Fest für alle. Schabbat ist auch beschrieben als ein Fest für alle. Aber Sukkot nimmt einfach einen besonderen Platz ein. Lasst uns Zachariah Kapitel 14 aufschlagen. Da steht folgendes geschrieben. Vers 16. Vers 16. Vers 16. Und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Ausgerechnet das Laubhüttenfest Sukkot. Und es steht geschrieben, wenn einst irgendein Volk nicht kommt, um Sukkot zu feiern, dann wird dieses Volk kein Regen haben. Und im kommenden Jahr wird das Volk ohne Ernte bleiben und dementsprechend ein schweres Leben haben. Mit anderen Worten also, es bleibt nichts anderes übrig, als zu kommen. Erinnert ihr euch daran, was an Sukkot getan wird, wenn man kommt? Man nimmt den Lulav. Und man fängt an, den Herrn zu preisen. Man wird in der Sukkar sitzen. Und man wird Opferdarbringungen bringen. Und es steht geschrieben, alle werden an den Ort kommen, von dem geschrieben steht, dass es ein Haus ist, das Gebet für alle Völker. Es steht geschrieben, und alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind. Welche Völker sind denn dagegen gezogen? Lasst uns den zweiten Vers im gleichen Kapitel anschauen. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Alle Völker. Es steht also geschrieben, dass alle Völker gegen Jerusalem ziehen werden. Und alle von diesen Völkern müssen dann nach Jerusalem gehen. Und alle von diesen Völkern müssen dann nach Jerusalem gehen. Welche Zahl wird genannt, um alle Völker zu beschreiben oder zu zählen? 70. 70. 70 Protonarote. 70 Prototyp Völker. All diese 70 werden am Sukkot dabei sein. Wenn ihr Kapitel 14 lest und dieses Kapitel mit dem Buch Offenbarung vergleicht, mit Kapitel 21 und 22, mit Kapitel 21 und 22, dann entspricht alles einander. Wenn hier also das Fest Sukkot und Jerusalem beschrieben sind, dann können wir mit Leichtigkeit den neuen Himmel und die neue Erde aus Offenbarungen erkennen. Nun war die der keine addresseden in 2. Über 2. Sopade 21. Jungs. Jungs ab 24 genau. In den добавien Kapitel 14, Vers 9 steht zum Beispiel geschrieben. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und in Offenbarung steht geschrieben, dass man weder einen von Menschen gebauten Tempel brauchen wird, noch Sonnenlicht oder Licht an sich. Weil sowohl sein Tempel als auch seine Leuchte der Maschiach von Israel und der Herr selbst ist, der Allerhöchst. Und nicht umsonst hat Jeschua gesagt, dass der Vater und ich sind eins. Und wir lesen hier, Und an jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Also in diesem neuen Himmel und auf der neuen Erde. Und es steht im achten Vers geschrieben, Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Und in Offenbarung steht geschrieben, dass ein Fluss des Lebens fließen wird. Und wie in Zachariah wird dieser Fluss sich aufteilen. Живые Wоды, Rieka жизни. Lebendige Wasser, Fluss des Lebens. Das ist ein und dasselbe. Und wir können damit weitermachen. 11. Stich In Vers 11 Ich lese Zachariah. Das ist ein Prophet aus dem Tanach. Und sie werden darin wohnen. Und es wird keinen Bannfluch mehr geben. Und Jerusalem wird sicher wohnen. Und dann geht die Rede von Sukkot. Dann ist die Rede wieder von Sukkot. Und was wir in der Offenbarung lesen, ist, dass dort auch eine Sukkot stehen wird vom Herrn mit den Menschen. Ich bitte euch wirklich nochmal an, dass ihr das vergleicht miteinander. Und hier, in Zachariah 14, gibt es unterschiedliche Völker. Und sowohl in Zachariah 14, als auch in den Kapiteln in Offenbarung, gibt es unterschiedliche Völker. So wie in Offenbarung es auch ein Baum gibt, dessen Blätter zur Heilung für alle Völker dient. Und im 20. Vers in Zachariah steht geschrieben, An jenem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen, Heiligt dem Herrn. Und ich möchte, wenn es möglich ist, dass wir nochmal Offenbarung Kapitel 22 aufschlagen. Vers 3 bis 5. Vers 3 bis 5. Vers 4. Das ist unser Leben. Das ist die jüdische Zukunft und die Zukunft von allen Völkern. Und das alles im Kontext von Sukkot. Das ist wirklich ein großartiges Fest. Und was sollst du mit dem ganzen Jetzt machen? Ну вот praktisch. Ganz praktisch. Первое. Das erste. Znay. Бог тебя любит. Wisse, der Herr liebt dich. Еврей, ты или нееврей. Ob du Jude bist oder nicht. Бог тебя любит. Gott liebt dich. Вот просто знай. Das musst du wissen. Das ist das, was du tun kannst. Es wissen. Wenn du Jude bist. Помни, ты священник. Erinner dich, dass du ein Priester bist. Мы народ священников. Wir sind ein Volk des Priestertums. Für das Wohl anderer Völker. Помни, dass Sukkot ist ein Priester, wenn... Erinner dich daran, dass Sukkot das Fest unserer Zukunft ist. Unsere, ja, gute Zukunft. Für alle Völker. Nicht nur für Juden. Für alle. Erinnere dich, was an Sukkot getan werden soll. Wieselись перед Богом. Freue dich vor dem Herrn. Slav его. Preise ihn. Erinnere dich an ihn. Sидя в Суке, например. Приноси ему Жертву Хвали. bringе им ein Opfer des Лобес. Жертва за грех тебе больше не нужна, если ты с Йешуа. Wenn du mit Йешуа bist, brauchst du kein Sündопfer oder Sühnопfer mehr. А если ты с Йешуа, ты еще за Йешуа не следуешь? Wenn du Йешуа aber noch nicht nachfolgst, то последуй за ним. Dann folge им нах. Тебе Козел не нужен Жертве за грех. Он, кроме того, Козел, тебе и не поможет. И он, 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 он не помогает тебе. Да и храм он не. Он не помогает. И он не помогает. И он не помогает. Где можно принести Жертву? А Йешуа есть. Йешуа есть. Йешуа, которая была принесена 2000 лет назад. И его Жертва, которая была принесена 2000 лет назад. И sein Opfer, welches vor 2000 Jahren dargebracht wurde, вменяется тебе даже сейчас. Вердя sogar сейчас ангерехнет. За все твои грехи. Für alle deine Сünden. Прошлые. И будущие. Ну скажи, не замечательно? Ist это не замечательно? Приди к Йешуа. Ком су Йешуа. Последуй за ним. Фолги им нах. Отдай ему свои грехи. Гиб им deine Сünde. Отдай ему свою Вину. Гиб им deine Schuld. Отдай ему твои проблемы. Гиб им deine Probleme. Успокойся в нем. Ун ком ин им за Руру. В нем твое настоящее. В нем твое настоящее. В нем твое настоящее. Настоящее то, что сейчас, сегодняшнее. И твое настоящее. И твое настоящее. Но еще более важное. Но еще важнее. Но еще важнее. В нем твое будущее. В нем твое будущее. Цветлое будущее. Дайне gute, helle Zukunft. Праздники даны нам для того, чтобы мы вспоминали. Die Feste sind uns gegeben, damit wir uns erinnern können. Вспоминали для того, чтобы ожидать. Und damit wir uns erinnern können, um erwarten zu können. В каждом празднике есть воспоминания. Которая служит как мост в предвкушении чего-то замечательного в будущем. Welches als брюке dient für etwas, was in der Zukunft uns erwartet. И вот так вот с праздником Суккот. Und so ist es auch mit Суккот. Бог заботится. Der Herr kümmert sich. И Бог будет о нас заботиться. Und er wird uns versорgen. Он это продемонстрировал в Йошуа. Er hat das in Йошуа demonstriert. Иди в Сукку. Гей in die Laubhütte. Гей in die Сукка. И будь счастлив. Und sei glücklich. Хак Суккот Самех. Хак Суккот Самех. Шалом. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017